10 minuten hat er wenn er nicht schreibt hat er erstens hatte erstens kleine eier weil er sich nicht rechtfertigen kann für seine aussage zweitens er hat einfach kleine eier weil er sich nicht rechtfertigen kann für seine aussage er hat jetzt die möglichkeit bekommen sich hier zu rechtfertigen vor allen leuten warum er mich beleidigt ich gebe ihm die möglichkeit sogar zeig mal wie groß du hast rechtfertig warum sagt mir warum ich warum ich so bin was habe ich getan punch man danke für den dritten mann du bist der beste marze dankeschön viel 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 liebe da im chat damit ein bisschen liebe in chat reinkommt dankeschön für den dritten mann scheiben zu schwer ich habe den nicht durchgezogen mir ging es bei gesundheit nicht so gut ich habe nur 15 stunden gesehen naja internet internet rambo aber ich sag dir eins ja also guck mal ich wünsche nichts böses oder so es ist ja also es ist ja normal als wenn man ein bisschen als streamer bleib zu werden oder manche leute hassen dich nicht oder so oder hast dich einfach grundlos aber ich sag dir eins irgendwann wirst du den falschen beleidigen erst raus irgendwann wird er den falschen beleidigen und dann wird er richtig auf die schnauze fallen wenn er zu dem falschen dieses wort sagt damit wünsche ich ihm nichts böses aber ich weiß einfach nur wie es ist guck mal er kommt rein in mein stream beleidigt mich als hudensohn ich entbann ihn damit er sich rechtfertigen kann warum er das sagt und er traut sich nicht zu sagen das ist das typische typische also ich schwöre vielleicht ist er nein ich kann nicht ich kann ihn nicht beleidigen ich will ihn nicht beleidigen aber das ist das typische bruder du erhältst deine ausrüstungslieferung kind einfach einfach ein kind und irgendwann ich sag's euch sowieso wird er es zum falschen sagen wenn er es zum falschen sagt wird er auf die schnauze fallen es ist halt alles anonym hier Monteago dein ganz tolle es ist halt alles anonym du kannst dir halt den twitter account stellen und kannst halt den chat schreiben es ist halt alles anonym und diese anonymität gibt halt vielen leuten anführungszeichen macht die denken die werden plötzlich irgendwie raumbohr oder so weil sie im internet leute beleidigen können ich hab diesen dude wahrscheinlich noch nie was in seinem leben gemacht ich hab noch nie wahrscheinlich beleidigt ich hab seiner familie nichts getan ich hab ihn nichts getan ich hab ihn vielleicht mal höchstens im videospiel getötet und dafür beleidigt kommt er mein stream beleidigt mich dann werde ich niemals verstehen man muss dazu sagen ich sag auch öfters in game als rage ja du hase und spieler bla 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 aber ich meine es meistens nicht so schlimm und ich versuche ja auch momentan wirklich sehr wenig das wort zu benutzen äh weswegen ich ja zb auf hustenbonbon ab umgestiegen bin damit ich die leute nicht beleidige ich hab keine vp-texte mich hat es interessiert vielleicht ob er die eier hat ob sich zu rechtfertigen ich hab mich jetzt einfach mich hat es einfach interessiert ob er wirklich die eier hat sich zu rechtfertigen vor allem muss man sagen er hat die nachrichten geschrieben vor wochen die sogar korrekt waren ja guck mal ich das einzige was ich mache ist ich streame jeden tag ich fang kein beef up mit keinen leuten mach mein business und wenn ich offline bin dann mach ich auch mit freunden oder sonstiges mehr mach ich nicht und wenn da leute sich raus nehmen mich zu beleidigen ohne grund also es gibt ja wirklich legit keinen grund mich zu beleidigen wenn du mich hässlich findest gehst du einfach nicht in meinen stream rein wenn du meine stimme nicht magst gehst nicht in meinen stream rein wenn du meine art nicht feierst gehst nicht in meinen stream rein aber es ist alles kein grund mich zu beleidigen also ich bin jetzt nicht irgendwie also ganz kurz ich bin jetzt nicht irgendwie mental irgendwie fertig weil er mich beleidigt hat oder so nur damit es klar ist ich möchte das nur klar stellen so leute im internet sind grauenhaft manchmal nukenukenmoin erbitte aufklärung bei meiner position drohne erreicht einsatzgebiet leute im internet sind manchmal sehr sehr grauenhaft diese anonymität ich bin mir ziemlich sicher wenn diese anonymität im internet nicht wäre würde es viel weniger beleidigungen usw. geben moin alix dankie 30 aber liebe da viel mex einen ausrufezeichen liebe ausrufezeichen liebe 2 geht natürlich auch dankeschön 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 dafür im film zenten kriegste feilen im oke Reverse Also ich bin jetzt nicht irgendwie mental kaputt oder so, weil er mich beleid hat. Gott los. Alex es kommt mir echt nicht so vor, mir kommt es wirklich nicht so vor, dass ich schon seit fucking 15 Monaten streamed, Digga. 15 fucking Monate, Geisteskrank. Steve auch schon seit 16 oder 15 Monaten am Schatz, dass es so Geisteskrank ist. Moin Ludon, wie gehts hier? Er bitte Aufklärung bei meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ich helfe den Winner-Follower. Viel Spaß zu Kobi. Achtung, Drohntreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachgang. Das Gas kommt näher. Oh gg's gg's da Hacker Xamsa Thanks for the resub Chat alle haut mal bitte alle Liebe daraus Raus für Xamsa und Ausrufezeichen Liebe Ausrufezeichen Liebe 2 geht natürlich auch Dankeschön Dank Thanks Xamsa for the resub man Thanks 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 How are you doing mate When du hier gewinnst Geht zurück an die Front No worries young man How's Grease man Alex Digga Alex Glad to hear that Xamsa Alex Dankeschön Dankeschön für die 10 subs Chat lasst mir bitte alle Liebe Bomben dafür Alex und Ausrufezeichen Liebe Ausrufezeichen Bomben geht natürlich auch Dankeschön 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 für die fucking 10 subs man und jeder am Start ist Lass mal viel Liebe da im Chat und Ausrufezeichen Liebe Ausrufezeichen Bomben geht natürlich auch Und auf jeden Fall auch, wenn ihr einen Sub bekommen habt, bitte bedanken, Mann. Dankeschön, bitte. Echt, Dankeschön, Alex. Wirklich vom ganzen Herzen. Werden nicht so nicht gewissen, ehrlich. Guck mal, Kevin. Digga, wir stehen trotzdem schon fucking 1000, 2000, 600 Subs, Alter. Das ist so eine geistkranke Zahl, das sag ich jeden Tag, ey. Sowieso schon surreal, Mann. Sei doch bescheuert. Mit Aufklärung beginnen. Endgegner und Puba Bloop-Dangel für die Verlust. Achtung, Drohnenkreifstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ja, wo ist mein Sniper? Rezi und einfach besser, danke, wie du folgst. Hey, warte mal, mein Ding, mein... KUBI! Eine Sekunde, KUBI. Chat, ihr wisst, was zu tun ist? Ich hab gesnipt. KUBI! 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 Dankeschön, dankeschön, dankeschön für die acht subs, moin Kubi und chat, alle die am start zu das war viel, viel, viel liebe Bomben, dafür Kubi und Ausrufezeichen liebe, Ausrufezeichen bomben geht natürlich auch. Dankeschön. Dankeschön dir für die achten fucking subs, man. chat alle die am start zu das war viel liebe dafür Kubi und Ausrufezeichen liebe, Ausrufezeichen liebe 2 und ausrufezeichen Bomben geht natürlich auch, Und die die dann Sub bekommen hat, bitte bedanken, bitte, bitte, tut mir einen Gefallen, bedanken euch. Moin Shorties. Moin Kubi, wie geht's dir? Moin Fudi. Moin Chris. Moin Johnson. Moin. Bei mir alles super Shorties, auf bei dir auch. Mein Lobby ist ganz okay, ich krieg jetzt auch keinen Wind in der, keinen Wind in der Basis, aber ist okay. Achtung, du mein Prinz auf seine Mutter. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Moin's Lillebrot. Bis später Patrick, lass es dir gut gehen. Ja Alex, das Ding ist, ich glaub die Zuschauer ist so, dass man voll unterhaltsam, weil man auch mit dem Chat viel unterreden kann. Und äh... Digga, Marco. Das Gas breitet sich aus. Warum kommt kein Alert? Warum kommt kein Alert? Hä? Warum kommt kein Alert? Warum kommt kein Alert? Warum ist das? Warum kommt kein Alert? Hm... Warum? Warum? Warum... Warum... Warum? Warum... Das war viel, 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 viel Liebe dafür, Marco. Dankeschön dir für die fucking 20 Subs und chatte ich mir den ganzen Chat rot sehen. Jeder, der im Start das Ausrufezeichen Liebe, Ausrufezeichen Baum geht natürlich auch. Und jeder, der einen Sub bekommen hat, bitte bedanken auf jeden Fall, ehrlich. Moin Monkey Time. Ja, in Solos kann man jetzt echt viel abschauen. Ich denke, Solos ist ein angenehmer Modus auch für Streamer. Ey, dankeschön, Marco. Moin Zero File. Moin Burak. Moin Schuldnerarte. Fynn. Digga. Fynn. Dankeschön für die 10 Subs, Mann. 100 fucking Subs gibt's voll. Chat, alle, die am Start sind, das war viel Liebe dafür, Finn. Und Ausrufezeichen Liebe, Ausrufezeichen Liebe 2 und Ausrufezeichen Bomben geht natürlich auch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für die... Für... äh, für die 10 Subs und insgesamt 100 Subs. Und Marco, Dankeschön für die 4 Subs. Chat, alle, die am Start sind, das war auch viel Liebe dafür, Marco. Und jeder, der am Start ist, das war viel, 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 viel Liebe dafür, die Jungs. Wir sind bei fucking 2.700 Subs. Seit ich bedeppert. Chat, bitte, tut mir gefallen. Alle, die am Start sind, viel Liebe da lassen. Viel, 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 viel Liebe da lassen. Und jeder, der an Sub bekommen hat, bitte bedanken, liebe da lassen, alles, bitte. Die mir nicht gefallen. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Verdient oder nicht, Bro, das ist so eine geisteskranke Zahl, Moindrocks. Wirklich 2700 Subs. Arthur. Auch wieder aufgewacht. Easy. Arthur. Dankeschön für die 10 Subs. Chat, alle, die am Start sind, das war viel, 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 viel Liebe dafür, Arthur. Und Ausrufezeichen Liebe. Ausrufezeichen Liebe 2 geht natürlich auch. Und Ausrufezeichen Bombe. Und jeder, der am Shop ist, ich möchte Chat rot sehen. Und Arthur, danke, danke, danke dir, Mann. Für die fucking 10 Subs. Wir sind bei 2700, ja. Achtung, Drohntreibstoff wird knapp. Ich hatte bekloppt. Du hast eine Basis zum Nachtanken. Seid doch Dödel, Alter. Seid doch Dödel. Seid doch Dödel. Oh mein, Farki. Ziel identifiziert. Bring das Schwein zur Strecke. Komm, er ist in Discord nach der Runde, ja. 2P, danke, ein Foller. Moin, Mary. Ich hoffe, ich kann euch ein gutes Gameplay zaubern. Schocks. Probe mal Feuerwehrs und da drauf. Achtung, Drohntreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Oh mein Gott, ich habe mich selbstverwif. Oh mein Gott, ich habe mich selbstverwif. Ratje, danke für die Zap-Verlängerung. Bis November, Chat. Alle, die am Start sind, ist mir viel lieber dafür, Ratje. Und Ausrufezeichen, liebe. Ausrufezeichen, liebe 2 geht natürlich auch. Dankeschön. Für die Zap-Verlängerung, bis November. Oh moin, Ratje. Wie geht's hier? Und Ratje, danke für den vierten Mann. Moin, Chat. Alle, die am Start sind, viel lieber. Lassen für Ratje, danke schön. Für den vierten Mann. Warte, was kommt noch? September? November? Ah. Ja. Das Gas kommt. September, kommt Oktober. Ui. Matze, weise. Oh man, ich habe verschossen. Alex, ein Gewinn, Follow. Danke dir für deinen Follow. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Müsst du mich auch nicht irgendwie mal umdrehen oder so? Aufspüren und ausspüren und ausspüren. Achtung, Drohenscheidstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum... Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ich war bomb. Achst... Aufspüren. Was ist das? 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 Oh, der bin nicht erst im Zapper geworden. Was ist das? 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 Max 2.8 Nico, Alex hängt die Verlust.